Kannst du dir vorstellen, dass du an einem Nachmittag 100 Vokabeln dir merkst, sofort wiedergeben kannst und dabei noch Spaß hast? Kannst du dir nicht vorstellen? Dann komm in mein kostenfreies Webinar, weil dort zeige ich dir die Trickste der Gedächtnisweltmeister, wie du dir eine Fülle von Vokabeln, nämlich Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und auch Latein, sofort merken kannst, dass du darauf immer wieder Zugriff hast. Und liebe Eltern, wenn du wissen möchtest, wie du mit deinen Kindern hier lernst, wie du diese Techniken ihnen weitergeben kannst, an die Hand geben kannst, dass sie wieder Spaß beim Lernen haben, bessere Noten schreiben und leichter durch die Schule gehen, dann komm in mein kostenfreies Webinar. Melde dich an, ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid. Alles Liebe, das war der Markus.